Heute ist ein guter Tag, dass ihr macht, was ihr sagt, ist, was ihr schaut. Also, Freunde, ich würde es nicht riskieren und jetzt direkt ein Abo da lassen und die Glocke aktivieren. Hallo, kann hier jemand Deutsch? Hallo? Achso, Digga, lass dich mit einem Gruppenkanal. Äh, huch. Hallo, kann hier jemand Deutsch? Hallo, hört mich jemand? Hallo? Hallo? Where are you from, Bro? Where are you from? Ich kann kein Englisch. Ach, Bro, bist du Deutsch? Was geht ab, Digga? Oh mein Gott, Deutsch, ja, genau. Was geht ab, Brudi? Du bist Deutscher, ne? Ja, Deutscher. Eh, Bro, lass mal direkt landen, wo willst du hin? Lass hier oben hin, oder? Wo? Markier mal. Hier oben, Bro, hier oben. Okay, okay. Nein, nicht da, Bro, ich habe, das war falsche Markierung. Hier, hier, hier. Schau, schau, schau. Okay, wieso heißt du Walli und Ducky Smiley? Achso, Bro, das ist der Account von meiner Freundin, sie hat mir den ausgeliehen. Echt jetzt? Ja, die ist richtig, richtig korrekt. Ich schwöre auf alles, ich mag sie so sehr. Willst du in meine Nosekin, Gang? Bist du Nosekin, oder was, Bro? Ja, Bro. Ehre, Mann, Digga, wie alt bist du, Mann? Ich bin fünf. Wahrscheinlich. Nein, Bro, sei mal ehrlich, wie alt bist du, Digga? Ich bin fünf. Lachst du Pupsi den Nosekin jetzt aus? Er wird traurig. Warum lässt du dich Pupsi den Nosekin? Ach, ist Pupsi den Nosekin dein Epic-Name, oder was? Ja. Achso, Bro, okay. Ja, okay, Bro, ja, alles easy, Digga, alles easy. Dann lass einfach ein bisschen Fortnite spielen. Wie lange, seit welcher Ziel spielst du schon? Seit Season 53? Ey, Bro, sei mal ehrlich, Digga. Troll doch nicht herum, Mann. Season 53? Ja, okay, Bro. Ey, sag mal, welcher OG-Scan hat dich verarscht? Wer hat dir erzählt, dass es Season 53 gibt? Hä? Was ist der OG? Oh mein Gott, Community, der arme Mann. Ich hab den gerade gestimmt, der hört mich nicht. Der denkt einfach, es gibt eine Season 53. Ich meine, wie kann man so etwas denken? Ey, Freunde, ich frag mich, wie er reagieren wird, wenn ich gleich meinen Renegade zeigen werde. Egal, ich werd gleich zum Hinlauben, dann werd ich ihn zeigen. Okay, Bro, ähm, hast du schon ein Shield oder sowas? Ich hab noch ein bisschen Shield für dich, wenn du brauchst. Ja, hallo? Bro, brauchst du... Kommen wir weiterspielen jetzt? Ja, ja, Bro, brauchst du irgendwie noch ein bisschen Loot oder sowas? Äh, brauchst du irgendwas Minis, Biggie oder so? Ich hab, ich hab, ich brauch ein Biggie. Biggie? Achso, Bro, ich hab nur Softpacks. Aber ich kann dir Softpacks geben auf Ehrenbruder-Bars. Ja, dann... Warte, komm her. Wie heißt das? Softpacks? Genau, genau. Hier, gönn dir, Bro. Gönn dir. Oh mein Gott! Was ist los? Wissen Sie nicht, Renegade-Reiter? Oh mein Gott, Renegade-Reiter! 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 Renegade-Reiter, Renegade-Reiter! Bro, 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 chill mal, chill mal, chill mal. Willst du meine No-Skin-Gang? No-Skin-Gang? Ja, safe, Bro, ich komm mit deinem No-Skin-Gang. Oh mein Gott! Schau mal, Bro, ich hab auch den Dance hier. Guck mal, ich bin OG, 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 OG. Yeah! Ich bin ein OG. Ey, Bro, warte mal. Wusstest du nicht, dass der Renegade-Radar heute im Shop ist? Was? Renegade-Radar! Ja, ja, Bro, der ist heute in den Shop gekommen. Wusstest du das nicht, oder was? Niemals! Oh mein Gott! Hä, hat dir das... Hat dir das Epic... Hat dir Epic kein E-Mail geschickt, das der heute im Shop ist? Nein, keine E-Mail, ich nix E-Mail. Ach so, Bro, Digga. Ey, sag mal ehrlich, aus welchem Land kommst du? Ich komm aus Kurdistan, Kurdistan. Safe, Digga. Okay, okay, Bro, eben, Mann. Ey, ich bin... Ich bin Kur und richtig korrekt, Mann. Ich auch. Können Sie was sagen? Hau raus, Budi. Ich komm aus Tanschrittenland. Tanschrittenland, Digga. Ey, komm mir 100er-Chuck, Bro, gönn dir, gönn dir, gönn dir 100er-Chuck. Seit welcher Season spielst du eigentlich? Seit welcher Season ich spiele? Ja. Äh, seit Season 3, du, Bro? Hä? Season 3? Wenn ich mich gut erinnern kann, dann kommt ja Renegade Reiter aus Season 1, aus den Augeriter-Zeiten. Ach so, ja, ja, Bro, der kommt von einer guten Freundin, wie gesagt. Sie hat mir den ausgehend, damit ich ein paar Videos machen kann auf Ehre. Aber wieso heißt du Walli an Dicki? Das ist das, der kommt von der Freundin, wie gesagt. Walli und Dicki. Du bist ein Mädchen, na? Ein Mädchen. Walli und Dicki, Digga. Mädchen. Ehrenmann, ey. Mädchen, ha? Nein, Bro, komm, beruhig dich jetzt mal ein bisschen. Komm, wir holen dir deinen ersten Winner, okay? Auf Ehrenbruder-Basis. Du bist richtig süß. Oh mein Gott, wenn du mir meinen ersten Winner holst, dann gebe ich dir einen Renegade Reiter zum Mitnehmen. Ey, Bro, ich schwöre, weil ich finde dich extrem süß. Schau mal, wir machen das so, okay? Wir gehen gleich in die Lobby und ich schenke dir dann safe ein Skin, okay? Wirklich jetzt? Auf Ehrenbruder-Basis, versprochen. Sag zweimal Renegade Reiter, dann glaube ich dir. Renegade Reiter, Renegade Reiter. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, Pupsi, dann ausgehen, Pupsi, dann ausgehen. Bro, nennst du dich immer selber Pupsi, dann ausgehen, oder was? Pupsi, Pupsi, ist der Gangstar. Er kriegt ein Skin-Geschenk. Ja, Digga. Ha. 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 Wir müssen hier safe den Win holen, Digga. Wir müssen hier safe den Win carry. Nein, wirklich, jetzt, wenn ich einen Win bekomme, dann will ich Pupsi dann ausgehen und tanze deinen Tanz. Komm her, Bro, lass ein bisschen Party machen, Digga. Komm her, Party, Party, let's go. Yeah, 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 Pupsi dann ausgehen, gib mir den Beat. Ich geh hier, hier on the street. Komm her, Bro, ich mach auch den Nosekin Dance. Das ist, was ist das? Tomate, Tomate, hier, Tomate. Magst du keine Tomaten, Digga? Nein, Tomaten sind Gifte. So wie ungesagt, Tomaten sind Gifte. Walli und Diki, ich muss dir was erzählen. Hör raus, Brodi. Was ist los, Digga? Warum bist du horrig? Dieses Renegade Reiters und School Trooper haben mich immer gemobbt. Hast du schon mal so Leute getroffen? Ja. Und sie haben mich ausgelacht und haben gesagt, ich heiß Pupsi, ich stink nach Pups. Ja, haben die dich dann for real gemobbt? Ja, die haben gesagt, geh zurück in deinen Busch, versteck dich und dann geh aufs Gympad und hau ab. Hör so, Bro, Bak, schau mal, du kannst dich versichern, dass ich keine Nosekins mobbe. Also, ich würde sowas nicht machen, Digga. Nee, ich vertraue dir nicht. Nein, Bro, echt, Digga, hier, nimm auch Madcat, wenn du möchtest, auf Ehrenbruder Barst. Aber du bist ein Renegade Reiter. Nein, Bro, ich hab dir doch nichts getan, Digga, ich bin doch friedlich. Schau, ich mach mit dir ein bisschen tanzen und sowas, lalala. Okay, Bro, ich würde sagen, es leben noch dreist, Leute, lass erst mal Richtung Zone laufen, lass noch ein bisschen looten, lass ein paar Waffen holen, lass ein bisschen Mads fahren, wie ist das Ananas, Bro? Ja. Okay, warte mal, hast du YouTube? Nein, 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 warum, Bro? Aber jetzt mal Spaß beiseite, ne? Ja. Wirklich jetzt. Ist der Renegade Reiter wirklich im Shop? Ja, Bro, der ist wirklich heute im Shop, Digga, safe. Der ist heute in den Shop gekommen. Wirklich? Dank? Warte, warte, ich geh kurz zu meinen Eltern, ich frag sie kurz, okay, frag sie kurz. Ja, okay, Digga, lad dir Vivax auf. Ich komm sofort wieder. Lad dir Vivax auf. Oh mein Gott, Kommi... Papa, Papa! Der schreit jetzt. Ja, ich komm gleich wieder. Oh mein Gott, Community, der arme Mann, als ob der jetzt einfach zu seinen Eltern geht und fragt, ob er sich Vivax aufladen kann. Ey, so ein bisschen tut er mir schon leid, Mann. Ich sag ihm einfach, dass Renegade im Shop ist. Egal, Freunde, ich werd ihn auf jeden Fall am Ende noch aufklären. Safe werd ich ihn noch aufklären. Okay, okay. Ich bin wieder da. Ey, Bro, bist du wieder da? Ja, ich bin wieder da. Und ich krieg Vivax! Echt? Ich krieg Vivax, sag mir, ich kein Bubz. Haben deine Eltern ja gesagt, oder wie? Ich bin der O-G. Ja. Ich bin der krasseste Musiker. Okay, Bro, aber hol dir auf jeden Fall den Renegade, Digga. Ich bin Michael Jonathan. Ich hol dir auf jeden Fall den Renegade Raider. Wie heißt der? Renegade Reiter. Du sagst es ja die ganze Zeit falsch. Ja, ja, eigentlich heißt das Renegade Raider, Bro, und nicht Reiter. Nein, nein, nein. Siehst du, das sieht man schon. Du bist ja ein abgehobener Renegade Reiter. das wüsste ich doch von Anfang an ich dachte du gehörst zu mir schau mal Bro ich finde dich ja witzig und so du bist einfach extrem süßes Mohnescheiß du bist du kleiner süßer Junge jetzt mal echt Dankeschön ich fühl mich ich schmeichelte Ehrenmann Digga ich verweißen bist du ein Ehrenmann Hä aber was bedeutet Ehrenmann eigentlich mein Bruder hat mir gesagt das heißt dass ich dann stinke weil ich heiße Pupsi ach Pupsi ey Digga zu wild der Pupsi ja aber wieso bin ich jetzt zu wild was ist das denn kennst du kennst du Hatar Mr. Kröfterspieß ah Baby komm wir gehen nein nein das ist Maddo das ist Maddo Hatar ach ein Kröfterspieß nein Kröfterspieß ist ein Lahn-Haval-Grill aber Kröfterspieß zu wild der der immer zu wild macht okay Bro vergiss es alles easy okay okay aber aber schau mal schau mal schau mal soll ich dir ein Lied vorsingen soll ich dir ja komm länge sing mir ein Lied so okay 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 ich bin Pupsi den Outskin und ich bin der krasseste Sänger auf der Visor auf dieser Welt ich nehme jeden Rennige D30 auseinander ey Pupsi Bro spür mal vorholt dich blblblbber Räiter steiften du kannst schon gut singen aber lass mal jetzt bisschen fahren und den win holen okay aber guck mal ich leben nur noch 32 leute ja ja ich weiß soll ich was sagen was ist ich will auch dein Ich will ihn, weil er ist so cool. Guck mal deinen Pickaxe an. Guck mal deinen Rückmachs zu haben. Kriegt man es auch, wenn man Renegade-Reiter kauft? Das ist von Schwarzer Ritter, Digga. Das ist von Schwarzer Ritter. Was hast du denn da für Tänze? Oh mein Gott. Guck mal, du tanzt doch mal. Ich hab auch den hier, Bro. Remix. Wie machen wir denn Remix? Ja. Der Zahnseiden-Tanz oder wie der heißt. Hey, Bro, warte mal. Feierst du eher die erste Variante von Renegade oder feierst du die zweite mehr? Sei mal ehrlich. Kann ich dir was sagen? Ja, Bro. Hey, ich erzähl dir ein Geheimnis, okay? Alle Renegade-Reiter sind Skin-Changer. Was? Hat T-Max gesagt oder wie der heißt. Aber du bist doch der Renegade-Reiter. Ey, Bruder, Bruder, Bruder. Da hinten sind Gegner. Da hinten sind Gegner. Siehst du die? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich bin der Kürz. Ich bin Pupsi. Lass dich safe pushen, okay? Ich bin der Gangster. Ja, ja. Gangster Hitman. Ey, Pupsi, Digga. Du bringst mich auch in den Verstand, Bro. Aber ich dachte, ich bin süß. Holen wir jetzt den Sieg für mich oder nicht? Falls nein, schießt dich ab. Ey, Renegade, Reiner, Renegade-Reiter. Was ist los, Bro? Was ist los? Oh mein Gott, du bist so süß. Ich meine nicht dich. Ich rede mit Renegade-Reiter. Ich bin auch der Renegade, Bro. Nein, bist du nicht. Weg mit dir. Red nicht. Okay. Mund zu. Ey, Renegade-Reiter. Ich empfinde was für dich. Und würdest du mit mir zusammen sein? Mit Nausekin-Pupsi? What the fuck, Bro? Ich bin's doch, Digga. Was redest du? Red nicht mit mir. Ich spiel doch den Renegade. Ich spiel doch den Renegade. Aber der Renegade-Reiter ist so schön. Und du bist so hässlich, weil deine Stimme... Oha, Mann. Ey, Bro, hier ist ein Gegner, Digga. Chill mal jetzt mit deinem Renegade. Guck mal, wie gut ich bin. Schau, schau, schau. Sehr nice, sehr nice, sehr nice. Aber lass ihn erst mal klappen, Bro. Er ist auch ein Nausekin. Er ist auch ein Nausekin, bitte. Och Mann, der Arme, Bro. Er war ein Nausekin. Der Arme, Bro. Aber wie ich... Schau mal, der ist ein Gegner. Wir können nicht teamen. Das ist gegen die Regeln. Nein, nein, nein. Okay, Bro, beschütz ihn. Beschütz ihn. Okay, beschütz ihn, Ehrenmann. Ich beschütz ihn. Okay, Ehrenmann, Ehrenmann. Ey, pass auf, uns pushen Gegner. Das sind OG-Skins. Komm, wir müssen die kriegen. OG-Skins? Ah, OG-Skins sind böse. Komm, wir müssen die OG-Skins kriegen, Bro. Das ist jetzt wichtig. Verteidige die Ehre der Nausekins. Come on, Nausekins, Andy, mach. Let's go, wir killen den. Ah, 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 ich bin weggeschleudert worden. Ey, oh mein Gott, Digga, der hackt. Nein, 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 nein. Nein, ich wurde gesniped. Nein. Hackt, wirklich. Das sind halt Hacker, Bro. Da kann man nicht viel gegen machen. Ey, Pupsi, Bro, es tut mir so leid, Digga. Es tut mir so leid, Pupsi. Ich hab mir so bittend aufs... Pupsi, Bro, Pupsi, ey. Bitte, Renegade, weiter. Aber wie heißt sie jetzt? Leid, Digga, ich bin nicht gut. Oh mein Gott. Oh mein Gott, ich bin so schlecht. Oh mein Gott. Ey, es tut mir so leid, Pupsi, Bro. Chill, chill, chill. Pupsi, Pupsi, Pupsi. Warte, Bro, ich schick dir eine FA. Bro, ich schick dir eine FA. Okay, nimm die an, nimm die an. Ja, hab ich. Okay, komm, Lobby, Bro, komm, Lobby. Ey, Pupsi, Bro, tut mir so leid, dass ich das nicht mehr geschafft hab, Digga. Echt? Tut mir leid, Bro. Aber schau mal, Bro, die, wir können das jetzt so machen, okay? Schau mal, wir machen das jetzt so, Bro. Ich werd dir jetzt direkt, sag mir einfach deinen Epic-Namen oder hast du zufällig auch einen YouTube-Kanal oder sowas? Ja, Challenge Brothers. Challenge Brothers. Okay, Freunde, ich würd sagen, dafür, dass wir ihm nicht den Sieg geholt haben, aber Freunde, wir möchten ihm natürlich trotzdem eine Freude machen, damit er sich freut. Deswegen geht alle jetzt auf den ersten Link in der Beschreibung und abonniert Challenge Brothers. Freunde, es wär auf jeden Fall mega, mega irrenhaft. Und ich würd sagen, lass gerne ein Abo und ein Like da, Bro. Ist es okay, wenn ich deine Stimme verwende? Ja, kein Problem. Ich bin Pupsi dann ausgeholt und ich bin stolz drauf, wenn mein Klang geht. Abonniert mich. Kuss, 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 Bro. Geiler Name, ich seh das jetzt auch. Okay, Bro. Okay, ja. Kommentieren, ab und ein Like da, lass einen Epic-Namen kommentieren nicht vergessen. Haut rein, bis zum nächsten Video, euer Bioxy und ciao, Leute. Tschüss. Irrenmann. Musik Untertitelung. BR 2018